Liebe Zuschauer, wir haben in Deutschland viele Regeln und Begrenzungen. Und einige Regeln machen Sinn, keine Frage. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass viele Regeln überhaupt keinen Sinn machen und uns unangemessen einengen, ohne dass sie eben für jemand anders einen Vorteil haben. Und was passiert, zu welch grotesken Ereignissen es kommen kann, wenn man Regeln beachtet, ohne deren Sinn zu hinterfragen, möchte ich Ihnen an einem selbstbeobachteten Beispiel erzählen. Ich mache manchmal einen Wellnessurlaub und manchmal führt mich dieser Wellnessurlaub nach Bad Driburg. Und dort gibt es eine schöne Wellnessanlage und dazu gehört auch ein Park. Und in dem Park gibt es natürlich einen Rasen und wie sich das für einen guten deutschen Rasen gehört, gibt es da auch einen Gartenzaun oder ich müsste eher sagen ein Gartenzäunchen, denn dieser Gartenzaun ist vom Boden aus betrachtet ungefähr so hoch. Und dieses Gartenzäunchen, dieser Gartenzaun hat ein Tor. Und auf dem Tor ist ein Schild angebracht und jetzt halten Sie sich fest und hören gut zu. Auf diesem Schild steht, wenn Sie durch dieses Tor möchten, den Schlüssel gibt es an der Rezeption. Und Sie lachen jetzt möglicherweise. Ich habe die Szenerie mal eine halbe Stunde beobachtet. Und was war passiert? 80% aller Erwachsenen, von denen ich annehme, dass sie mit einem ganz normalen Gehirn ausgestattet sind, sind nicht einfach über dieses Törchen drüber gestiegen. Nein, die sind brav zur Rezeption gedackelt, haben sich den Schlüssel geholt, sind zurückgedackelt, haben das Törchen aufgeschlossen, sind durchgegangen, abgeschlossen, Schlüssel an der Rezeption abgegeben. Und dieses Groteste-Beispiel zeigt, was passiert, wenn wir Regeln blindlings befolgen, ohne sie zu hinterfragen. Und Sie sagen wahrscheinlich jetzt zu sich, lustige Geschichte, aber wäre mir nicht passiert. Und um das festzustellen, ob Ihnen das vielleicht auch passiert wäre, möchte ich Sie jetzt zu einem kleinen Selbsttest einladen. Und dazu müssen wir in mein Badezimmer gehen. Wir sind jetzt hier bei mir im Badezimmer. Und ich nehme an, dass Sie meisten von Ihnen in Ihrem Badezimmer auch einen großen Spiegel haben und eine Ablage, auf der sich unsere Utensilien befinden. Utensilien wie Rasierschaum, Deo-Stick, Make-up, was auch immer. Gehen Sie mal in Ihr Badezimmer und verändern die Reihenfolge dieser Utensilien. Stellen zum Beispiel den Deo-Stick an eine andere Stelle, die Creme an eine andere Stelle. Vermischen das Ganze mal so ein bisschen. Das Parfüm nach hier vorne, das Haargel hier hin. Und wenn diese veränderte Reihenfolge in Ihnen negative Gefühle, vielleicht sogar körperliche Schmerzen auslöst, dann sind Sie schon etwas zu stark Opfer von künstlichen Regeln. Und wenn Sie mit dem Partner zusammenleben, ist besonders spannend, was der sagt, wenn er dann auf Ihr Bad kommt und diese geänderte Reihenfolge vorfindet. Aber wenn das in Ihnen körperliche Schmerzen auslöst, wenn Ihnen das schwerfällt, verändern Sie mal ein paar Reihenfolgen. Verändern Sie Reihenfolgen im Tagesablauf. Fahren Sie einen anderen Weg zur Arbeit. Treffen Sie sich vielleicht mal mit anderen Menschen. Das führt dazu, dass Sie geistig freier werden und weniger Opfer von künstlichen, einengenden Regeln.